hallo ja guten morgen ich bin auf der kleinen farm hier steht noch das diamanten paket nein kriegt ihr nicht und auf ernest habe ich jetzt auch keine lust hier sind jetzt noch die fünf diamanten von dem schiffen ich habe hier fünf schiffe gemacht und auf mehr hatte ich jetzt keine lust ja die belohnung habe ich auch noch nicht abgeholt und wir sind erster platz gestern geworden mit den kleinen das war echt super cool sonne fahne habe ich hier noch nicht okay was nehme ich denn noch denn nehme ich mal die schaufel markierung puzzle permits brauche ich hier eigentlich nicht ich nehme ihn trotzdem dann nehme ich mal rose für wie lange dann nehme ich zwei bretter dann nehme ich hier mal die lilane nochmal rose und das klebeband so abholen ja noch was besseres fällt leider raus ok aber nicht schlecht wir sind ja jetzt seit wochen haben wir ja jedes mal ein pokal sehr schön wir haben auch unseren platz behalten ja ich habe meine farm umgestellt das fällt es jetzt mal hier ich habe zwei pferde dazu genommen ja drei hasen hatte ich ja schon letzte woche den dritten bekommen so dann werde ich rose jetzt gleich mal anschmeißen aktivieren und dann noch hier von jeweils fünf ach so ziegen und schafe habe ich mir auch noch mal dazu geholt und die stehen jetzt hier und genau ein scharf und ein ziegengehege mit jeweils zwei tieren habe ich jetzt hier noch dabei damit es von der symmetrik besser ist die hühner stehen hier ja hier sind silo und scheune und futtermühlen und hier sind jetzt die maschinen das ist jetzt nicht so ganz toll zum teil wollte ich jetzt natürlich auch die bäume da noch stehen lassen ja ich finde es jetzt nicht ganz schlecht ach so sie ist noch gar nicht so weit mit der milch ja so ja dann kann ernest das ja eigentlich jetzt auch machen wenn sie denn jetzt mal gleich mal anfängt ich mache ihn erst mal auf 8 bei jedem na das was wird ich finde ihn ja echt nicht so nützlich das kommt nicht hin mit 8 so machen wir mal so gut jetzt kann ich die kätzchen füttern da fehlt noch einer und jetzt ist die scheune auch schon wieder voll ja schön gut dann drehe ich jetzt mal am glücksrad dreh 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 jetzt bitte nicht noch mal ernest drehen ein kissen ja ja schön so ne hat sie immer noch nicht so da ist post von e gut ja und dann kommt ja jetzt das spezial derby camping derby mit dem lustigen fisch da ja mit angeln und produktionsaufgaben also ich habe mich hier bei der kleinen farm erst mal abgemeldet so und jetzt steht hier bist du bereit mitzumachen und wenn man jetzt auf nächstes derby klickt ist man eben auch wieder angemeldet ja jetzt hat sie gut ja ich weiß ich mit der kleinen farm mit der großen ist ja gar kein thema aber hier mit der kleinen ach so hier sind ja die bäume und büsche und da oh sie hat mir da sogar schon was hingelegt schön ja und ich habe jetzt ziemlich viele permits 25 stück naja ok ich werde ja gleich bei der großen farm das letzte stück frei halten und da gehe ich jetzt gleich mal hin bis gleich so hier bin ich auf der großen farm ja ich habe von eben vergessen die punkte zu zeigen ja 960 aufgaben gelöscht und drei haben 3200 punkte gemacht das war echt super ja auch hier habe ich jetzt die belohnung noch nicht abgeholt hier sind wir dritter geworden und gibt es hier auch noch was nein ok ja ich brauche ja auch nichts mehr so ich nehme hier mal butter markierung puzzle per mit meinen letzten dann nehme ich tom oder was ist das nehme ich nicht puzzle dann nehme ich mal die nägel nochmal tom und nochmal markierung so abholen ja insgesamt waren die punkte nicht so doll ja da fällt leider auch was besseres raus so und angeblich auch gleicher platz ok soja booster ich habe mir auch noch das booster paket gekauft ich habe mich ja fast geärgert so da gehe ich jetzt mal auf tauschen so diesen minus 10 prozent den brauche ich nicht tauschen hier gehe ich jetzt auch auf tauschen weil ich habe hier ganz dreimal diesen brombeer dings bekommen naja sogar zweimal mit fünf stern dann nehmen wir den natürlich mit drei sternen tauschen so jetzt habe ich zehn booster so das ist der minus 40 prozent ja ich weiß ich noch nicht welchen ich jetzt nehmen ob ich gleich einnehmen ja hier werde ich bald aufleveln so hier sind die tiere auch noch nicht gefüttert aber jetzt mache ich erstmal das letzte stück frei mit dem schaukelbaum tata ja da bin ich ja gespannt ob ich jetzt auch wirklich keine mehr bekommen den fand ich am anfang eigentlich sogar am hübschesten den baum und jetzt habe ich ihn als letztes freigeschaltet ja eigentlich steht er hier ja auch ganz gut so mal gucken erstmal füttern so und dann wollte ich die pferde auch mal wieder ein bisschen umstellen so die kommen jetzt mal ein bisschen mehr in die mitte ich wollte dich eigentlich drehen geht das nicht so den baum noch weg ja so weg dir mit dir baum ja so erstmal nachher stelle ich hier noch mal ein paar fahren und hindernisse hin ach so hier habe ich ja auch keine rose mehr ach ja hier bräuchte ich mal dringend rose ja ich bin aber überlegen ob ich mir noch diamanten hole ich habe hier so ein stadt angebot mit stadt tools zusammen ich weiß noch nicht gut dann gehen wir mal gucken was ich jetzt für puzzelteile habe so lädt 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 erstmal hier punkte einsacken so da kommt eins beim braun und da habe ich jetzt 27 also fehlen noch neun bis zum grauen Nilpferd und da noch eins naja das dauert ja so hier mal aufstehen hör da kam ein brett wow ach ja ja nun geht natürlich die letzte die landerweiterung an die kleine farm aber da habe ich ja fast nie platz um was hin zu verkaufen deswegen ja mal gucken so hier behandle ich jetzt behandle ja bediene ich jetzt überhaupt keine mehr die in irgendwie mehrere sachen wollen aber man muss natürlich immer erst warten dass der zug weg gefahren ist sonst steigen die ja gleich wieder ein und meine nachbarn haben hier nichts zum abholen und man darf die stadt natürlich nicht zu voll haben weil dann steigen nicht so viele aus wenn dazu kommt so sind noch welche daher so weg weg der geht schon die noch weg und der noch weg so ach so dann muss ich jetzt ja noch den schaukelbaum aufstellen dummdi dummdi dumm ja und ich hoffe natürlich dass auch bald das update kommt jetzt haben wir ja auch schon oktober so da war die aufnahme abgebrochen weil ich keinen speicher mehr hatte so sieht es jetzt aus die zwerge wollen gleich mal schaukeln ja und ich werde natürlich sowieso bald herbstlich alles umdekorieren und vielleicht mache ich auch alle tiere hier rüber aber die sind ja immer noch nicht gefüttert oder alle maschinen mal auf diese seite wo ich jetzt da alles frei habe mal gucken ja und gleich zeige ich euch noch zwei bilder die wurden mir bei instagram geschickt mit lustigen bienen design bienen ja falls ihr mir auch mal was schicken wollt könnt ihr natürlich gerne machen gut das war es dann erstmal die nächste folge wird am ein level ab 121 und die wird ja wahrscheinlich diese woche dennoch kommen tschüss das war es dann und ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020